ich versuche jetzt nicht die ganze zeit bloß zu laufen so langsam zu laufen denn sonst streckt sich das ganze hier ein bisschen sehr blut ein seil zerschnitten fesseln aufgeschnürt zerschnittene fesseln gebunden kein blut seil danke wirklich vielen dank für die info dass das ein seil ist aber hier liegt viel blut menschenbeine rest der leiche blutspur opfer weggezehrt weggekrochen abgetrennte beine holy shit dass echt jemand mit dem zug über eine person gefahren und hat ihm oder ihr die beine abgetrennt stein das sieht mir aus wie eine mordwaffe um jemandem auf den kopf zu schlagen dort liegt der andere teil des körpers under construction wenn sie diesel fallen gelassen in eile kanister vertrocknendes gras recht eckig lock von der brücke lock ja ok wir wissen dass das die lok ist die wohl diese person überfahren hat das ist mir schon bewusst dann heisst es wohl die lok stand hier eine weile hm ok da geht es wahrscheinlich dann weiter deshalb schauen wir uns mal die person hier an von dort drüben hat er sich noch hier hingekämpft blut von beinen blut von gebrochener schädel todesursache blutverlust kopftrauma noch nicht todesort mit der zeit zerfressen von dritten was ok ich glaube uns fehlt noch irgendwas um das ganze hier aufzudecken scheint mir fast zu wenn wir nicht alles sehen können was sie wahrscheinlich sollten ich denke mal hier unten liegt dann wahrscheinlich die kurbel irgendwo dort unten genau für den zug warum auch immer wir mit dem zug fahren möchten blutverschmierte kurbel aber echt schöne gegend hier kann man nichts dazu sagen ob wir jetzt die person nochmals anschauen können könnte sein ok hier geht es weiter wir gehen noch einmal zurück vielleicht hat uns die kurbel jetzt irgendwie weiter gebracht damit wir mehr in der vergangenheit sehen können möglicherweise sicher sicher weise Könnte ich versuchen. Ich schätze mal, das geht wahrscheinlich nicht. Aber wir haben jetzt die Kurbel. Und äh... Es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt weitergehen. Um das... Ausprobiert zu haben. Tritt. Ist das schlau? Über die Brücke hier zu fahren? Nicht, dass gleich das Spiel schon zu Ende ist? Okay, der geht gar nicht. Gut. Hätten wir das geklärt? Ich hätte jetzt gedacht, die Brücke wird einstürzen. Ich habe übrigens keine Beine, wie man sieht. Das sind immer die besten Spiele. Wo man keinen eigenen Körper hat. Aber okay. Und jetzt... ...fahre ich mit dem Zug. Nochmals über seine Beine. Abgetrennte Beine. So weiter geht es ja hier jetzt nicht. Also, was hat mich das... Was hat mich das jetzt gebracht? Ich steige jetzt hier mal aus. Es hat wohl irgendwas gebracht. Kurbel drehen, Kanister. Kannst du mir jetzt mehr erzählen? Scheint so okay. Aber doch noch nicht ganz alles. Hm. Muss ich noch weiter nach vorne? Möglicherweise... Ich denke mal nicht, dass es einen Unterschied macht. Aber man kann ja versuchen. Ich denke schon, dass die Lok da hinten stehen muss. Sonst kann es ja hier nicht ganz so viel sehen. Ich lasse die Lok jetzt mal laufen. Vielleicht ist das noch etwas... Ausschlaggebendes. Nein. Okay. Dann gehen wir mal hier links... ...in den Wald hinein. Do not enter. Stein. Abdruck in der Erde. Frischer Schmutz. Okay, war das jetzt das für Ende Stück? Möglicherweise. Yes. Wer ist diese Person? Und was ist passiert? So. Kann laufen. Ist das Ethan? Und das ist sein Dad? Was ist das? Mutter und... Äh... Er hat die Kurbel in der Hand. Ich glaube, er hat ihn noch erschlagen am Schluss. Und die Kurbel lag unten am Wasser. Aber warum? Wollte er es jetzt mal loswerden? Okay, hier gibt es nichts. Gut. Ich hätte jetzt gedacht, hier gäbe es vielleicht noch irgendwas. Aber es scheint wohl nicht so zu sein. Oh no. Shit. Gut. Da habe ich mich zu weit entfernt. Das Spiel sieht schon echt sehr gut aus. Ich finde, das Ganze läuft hier in 4K übrigens. Zwar auf einem 2K-Monitor, aber in 4K. Mit wirklich sehr flüssigen FPS. Da kann man echt nicht mehr können. Okay, die 2 standen hier. Der Stein wurde hier entnommen. Dann haben sie hier irgendwas gemacht. Hier wurde er wahrscheinlich erschlagen. Auf die Schienen gelegt. Mit dem Zug überfahren. Was? Ein Kind. Ähm. Ich schätze mal 1. Er hat das gesehen. Hier wurde er erschlagen mit dem Stein. Oder ist das die 1. Möglicherweise ist das die 1. Das die 2. Der alte Typ ist hier hingegangen. 3. Hat den Stein genommen. Hat ihn hier erschlagen. Nachdem er den Jungen, oder das Mädchen, ich glaube es ist ein Jungen, losgebunden hat. Überfahren. Er ist hierhin gekrochen. Und dann gab er ihm hier noch den Rest. Vielleicht. Okay, stimmt nicht. Ist das vielleicht die 1. 2. Okay, ist Ethan vielleicht dieses Kind hier? So, das ist die 6 auf jeden Fall. Die 5 würde ich aussagen. Und die 4. Dann stimmt 1, 2 und 3 nicht überein. Ist das vielleicht die 2. Da ist die 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vielleicht. Sieht gut aus. Travis, sag mir, wo Ethan ist. Doch, der auch nicht. Ähm. 1, 2, 3. Aber das hatte ich ja schon. Und er ehrt das die 1. Er hat ihn hier festgebunden. Kann die 1 nicht mehr ändern. Vielleicht stimmt die 1 jetzt. Das? Honey? Ich hatte eine andere Motivation. 4. Es gut zu entdecken. Es gut zu entdecken. Es gut zu entdecken. Es gut zu entdecken. Und das ist er. Er ist die Erziehung. Der Junge ist Ethan. Travis, erzähl mir, wo Ethan ist. Jetzt. Ich gebe dem Sleeper, was er will. Was wir alle wollen. Schau, alter Mann. Du musst nach Hause gehen. Er hat sich losgebunden. Er ist nach vorne gekrochen. Er hat sich hierher gekrobt. Sehr schön. Okay. Jetzt führt uns das wahrscheinlich zu Kurbeln nach unten. Um das Ganze zu vervollständigen. Ethan. Ich bin auch krank. Ich kann den Sleeper in meinem Kopf. Dann kämpft es. Ich muss den Rücken zu zerstören. Travis. Ich bin sorry. Ethan. Oh nein. Und er wollte Ethan auch noch töten. immer hat turn Ethan's family against him. The grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. Yeah. Vielen Dank.